Freiburg mit der Schusschance, mit Grifo, dreht sich einmal und Tor! Und 2 zu 0, Pizze zu Grifo. Hoffenheim kommt und Hoffenheim trifft. Ein cooler Tor von Wout Wechhorst. In den Strafraum gespielt, Bayern nimmt den Ball an und macht das Tor. 2 zu 2. Und jetzt das Foul von Gulde. Und Gulde hatte schon gelb und deswegen gibt es glaube ich jetzt die gelb-rote Karte. So ist es für Manuel Gulde. Flanke rein, Chance und Tor! Und 3 zu 2!